Musik Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder zu Komma und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Skywars auf dem Komma-HD.net-Server. Ich bin wieder gut gelaunt heute, ich hoffe ihr auch, denn ich will heute gewinnen. Immer gewinnen, gewinnen, gewinnen will ich hier. Ich hoffe wir kriegen eine gute Runde hin und ja, ich habe mich auf diese Folge schon gefreut, denn es kam längerer Zeit kein Skywars oder ähnliche Minecraft-Sachen, außer immer nur unser Projekt, was ihr hier gesehen habt. Und, äh, habe ich mir überlegt, komm, machen wir jetzt einfach nochmal Skywars. Geiles Scheiße und, ähm, rotzen hier alles. So, wir gehen jetzt mal hier rüber zu dem guten Herrn. Schauen mal, was der hier so macht. So, da steht er. Na, wir schleichen uns mal geschmeidig an. Er hat mich, glaube ich, schon bemerkt, aber ich glaube, er ist schlecht im PvP, dass ich den easy holen kann. Genau. Ich schuppe ihn einfach mal runter. Ach, Schein, Gleiser, das waren eigentlich gute Sachen, oder? Ich weiß es nicht. Das war jetzt dumm von mir, aber, naja, komm. Ja, hauptsache, Enkel, ach du heilige Kranakrache, Alter. Ja, haha, korrekt, Alter, korrekt. Oh mein Gott, ey, das war nice von dem. Das war wirklich nice. Da hat er das gut gemacht, auf jeden Fall. Das hat er gut gemacht. So, den Goldhelm nehme ich mit, denn ich habe ja nur einen blöden Lederhelm, was jetzt nicht so prickelnd ist. Jetzt, ich gehe mal hier in Deckung, denn der feine Herr will mich irgendwie jetzt komplett hier auseinandernehmen. Na, wir warten jetzt erstmal, bis der rüberkommt. Ich glaube, der geht auf den Baum. Der geht auf jeden Fall auf den Baum. Na, siehste, alles klar. Hi. Oh mein Gott, Bleiern. So einfach tötet man Menschen. Was der eben gemacht hat, das war nur Lack. Jetzt müssen wir aufpassen. Schnell rüberwaschen. Das ganze, der ganze Baum brennt ab. Alter, das will ich jetzt nicht da drunter stehen. Das ist nicht cool. So, eine Angel wäre eigentlich auch nice, aber, naja, naja, naja. Schauen wir mal da drüben. Muss ich mal hin? Ah, sehr schön. Der hat hier schon hoch gebaut. Also rüber gebaut. Das ist ja perfekt für mich. Der eine hat sich in die Mitte teleportiert. Da hinten ist der fast full dir verzaubert. Ja, verzaubert sozusagen. So, ich weiß jetzt nicht, wo ich hing. Kein Kommentar. Okay, da oben ist der. Das Ding ist, ich habe keine Sachen. Warte, ich habe doch hier... Kann ich mir jetzt eine Axt machen. Und dann kann ich mir wenigstens ein paar Hölzer der Hölzer mitnehmen. Okay, 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 okay. Dann kommt auch einer. Da oben kommt auch einer. Ich glaube, ich werde jetzt richtig auseinandergenommen. Das ist gar nicht gut, Alter. Ich fackel einfach mal komplett das ganze Haus ab jetzt. Weil wenn er drauf will, dann soll er hinkommen. Hi! Na, alles fit? Was machst du, hä? Scheiße, das ganze Haus fackelt ab, Alter. Oh, shit. Oh, shit. Ja, leck halt noch mehr rum. Kann mal passieren, dass es rumleckt. Das ist nicht so schlimm. Oh, Mann, ich bin so dumm. Komm, du willst es wirklich wissen, Alter. Hier, jetzt fackelt der ganze Baum ab. Ist mir egal, Digga. Ja, es ist mir furchtegal. Ich sehe mir noch so viele Leute. Da brauche ich dich nicht da oben. Du musst eh gleich wieder runter. Egal, ob du willst oder nicht. Du musst gleich weg. Was für Komm, Alter. Ich komme nirgendwo hin. Oh, 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 oh. Ich bin so dumm, Alter. Ich habe auch nichts zum Dings. Komm doch runtergesprungen. Was ist los mit dem? Komm, wir gehen da raus, Alter. Kein Bock auf so eine Situation. So, Leute. Fuck holen. Ernsthaft. Ich habe hier noch andere. Holy shit, okay. Ey, das war so dumm von mir. Das war wirklich gerade dumm von mir, Alter. Ich wusste gar nicht, dass er so richtig voll dir war, ey. Fuck, Alter. Zeig mir den mal an, Alter, wie der... Okay, der war wirklich voll dir, Alter. Und ich zünde das Ganze, die ganze Insel an, Alter. Voll geil. Korrekt von mir, Alter, oder? Korrekt, Alter. Macht ihr hier, was macht ihr hier? Dein Herz oder was? Keine Ahnung. Okay, Leute. Wir machen ab. Eigentlich hätte ich jetzt noch Lust gehabt, noch eine Folge hinten dran zu hängen. Aber, da wir schon so spät sind, mache ich das nicht. Und, ähm, ja. Deswegen sage ich, haut da rein. Lasst ein Like da. War auf jeden Fall nice. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wenn ja, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Tschö, mit Fall. Bis zum nächsten Mal.